Ich hab hier den Schlaghammer, den du haben wolltest. Ach ja? Ich hatte ja gehofft, dass du erst gar nicht fündig wirst. Naja, aber leider, wie es aussieht... Oh, aber gut. Das ist schon ein ziemlich guter Hammer. In der Tat. Normalerweise würde ich ja jetzt sagen... Na was? Pass auf, ich schau mir die Bastion zumindest schon mal an. In der Zwischenzeit kannst du ja mal nach einer guten Kalksteingrube Ausschau halten. Kalk was? Na, der Mörtel in dem alten Gemäuer der Bastion ist brüchig und lose. Das sagte ich ja bereits. Um einen vernünftigen Mörtel herzustellen, der auch was taugt, brauchen wir einen besonders hochprozentigen Kaltstein. Irgendwo hier in der Umgebung wirst du sicherlich eine dieser Steingruben finden. Bring mir ein Stück Kalkstein davon mit, wenn du eine Grube findest. Ich schau mir jetzt erst einmal die Bastion genauer an. Machen wir, machen wir. Keine Sorge. Hier drüben ist sie. Ich seh sie schon. Vielleicht. Oh. Push-Ups. Oh. Okay. 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 Nr. war ja noch eine Truhe, die ich jetzt hacken kann, glaub ich. Nein, das war nicht diese. Ja. Stopp. Stopp, Controller. Ich war auf mich herumzunerben. Ich muss jetzt nicht in jeder Episode herumzicken. Das braucht hier keiner. Schlafen. Eine Rüstung habe ich mir gekauft, einen neuen Bogen habe ich gefunden. Das ist übrigens eine Klerikerrüstung. Scheiße. Die Infektion. Irgendwie kaufe ich Dawkins die Geschichte mit der hybriden Maschine nicht ab. Aber wer kann ihm schon das Gegenteil beweisen? Das war wohl nichts. So, 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 so. Und da kann es nur noch so sein. Wirklich? Okay. Okay. Einfach durchmischen. Beschädigter Kriegsbogen. Zu stark. Zu schwer. Mal schauen, wo weit der Steinbruch entfernt ist. Was? Wirklich? Direkt hier unten? Das kann es nicht sein. Haben wir direkt einen Steinbruch unter uns. Bevor ich da runterspringe. Ich glaube, da drüben habe ich gut gesehen. Nein, nur ein Busch. Nicht nur ein Steinbruch habe ich gerade gesehen. Da hat er sich... Nein, nicht das Schwert. Den Bogen. Nimmst du den Bogen raus, Junge? Das Fisch runtergehobt? Hier ist es. Oh, guter Jump. Haben sie schön angeführt, die Animation. Puh, gute Arbeit. Gute Frau. Wenn, dann nicht im Kampf. Wenn, dann nicht im Kampf. Verreckt. Der Controller. Das fehlt noch. Dass der Controller im Kampf eingeht. Habe ich nicht den Level Up bekommen? Da kann ich vielleicht hier wieder was reinstecken, dass ich Shotgun spielen kann. Shotgun. Wrap the blood close. Puh. Controller. Puh. 25. Beides auf 30. Nächstes. Dann habe ich das nächste Level, die Shotgun. Jetzt mal schauen, was der andere Bogen noch drauf hat. 41 Ton Geschicklichkeit. Das wird nicht schneller werden. Nein, die Schrotflinte wird sie zuerst. Dann nochmal schnell speichern, bevor wir den nächsten Kampf da oben angehen. Vorsicht. Vorsicht. Der geht auf die Kaya. Gute für mich. Kann ich von hinten zu legen. Sehr schön. Nein. Nein. Oh. Puh. Puh. Kaya. Komm schon. Fettschaden, Mädchen. Fettschaden. Euer Rettung greift mit dir. Doktor danzt. Nein. So knapp. So knapp. Heiltrank, Heiltrank, Heiltrank. Die Stims haben wir schon. Stahlhaut. Muckefag. Resistence Realität. Resistence Frost. Gesundheit plus 70. Töffelsalate. Resistence Gift. Haben wir sonst noch was, was mir ein bisschen bessere Rüstung gibt, Rosa? Mehr Leben. Sprühkäse, Resistence Bluten. Macht Toiletten sauber. Okay. Was wollt ihr von mir? Energy Drink runter. Ich weiß nicht, dass Realität Resistenz sein soll, aber vielleicht ist das was für die neue Auktion. Bier, Wein, Energie, Regal. Hier stecken alles voll mit. Komm schon, Kaya. Das Fisch holen wir uns. Ist das nur Todesklau da drüben? Schaut mehr stark als der Raptor aus. Ich bin da. Ist gut, dass du da bist. Du wirst gebraucht. Komm schon, mach weiter. Machen wir die Fightlings-Taktik mit Bogen. Und die Frau einfach mal fänken lassen. Okay. Das hat gut funktioniert. Rennen drüber ein Raptor, sparen wir uns. Jo. Lass uns in Tavar auf Erkundungstour gehen. Gut, dann aber schnell, bevor die Spione der Kleriker wieder verschwunden sind. Ich will unbedingt wissen, was sie da wollen und sie dann unschädlich machen. Ja, sie teleportiert uns. Ich hab's mir gedacht. Und wo? Nicht aushängen. Da sind sie, wie ich es mir gedacht habe. Maschinen der Kleriker. Spione der Fanatiker aus der Burg. Bist du dir sicher? Ich kenne die Maschinen der Kleriker. Die da drüben verhalten sich etwas merkwürdig. Das sieht nicht nach Erkundung aus. Wirkt eher so, als seien sie auf Angriff programmiert. Pah. Wir werden es ja gleich herausfinden. Ich hoffe, es ist sie nicht zu stark für mich. Geh du vor. Ich bleibe hinter dir. Natürlich. Sie schaut. Okay, nein, das schaffen wir. Wir loggen, haben wir vorher Damage-Kaya bei uns. Seltsam. Es geht los. Nice, 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 nice. Tja, wie es aussieht, hattest du wohl recht. Die maschinellen Spione sind tatsächlich auf Angriff programmiert. Dass die Kleriker es wagen, uns Berserker so offen anzugreifen. Alps. Ich glaube das nicht. Die Kleriker haben momentan eigentlich ganz andere Probleme. Wir sollten uns erst einmal um die restlichen Spione kümmern, die um das Vorherum geistern. Warum sie hier sind, können wir später noch klären. Oh, da ist ein Schwert am Boden. Hinter mir waren Berser, wenn ich richtig gesehen habe. Ja, die schaffen wir auch noch, die Berser. Die Berser und die Kriter. Das Bogen-Gameplay gefällt mir schon viel besser hier. Habe ich jetzt gerade was gegessen? Das war nicht meine Absicht. Puh. Wertes Feuer kamen ja mehr? Gute Arbeit. Ach, was haben wir hier? Die Flügel fahr ich. Das sind die Midi-Raptoren. De' Baby-Raptors. Dann schalten wir mal kleine Fische wieder aus. Oder ja. da sehe ich eine Kiste mit Sachen drinnen die Speichern besser uff ausgeschaltet direkt der Schießt vom Boden ah wirklich? anscheinend haben sie jetzt mehr Flug-Damage Flug-Kombat gegen der Combat gedacht wo war das andere Teil? hier wir haben den Ausweichs-Side-Step perfektioniert ok was sagt die Karte was ist hier näher? wow nichts ist wirklich hier näher ok wir nehmen die linke Seite die Mission ist ja machbar nochmal einen Energy-Trick rein für den Jacks das wollte ich schnell speichern die Mission schaut machbar aus alter Beißer es geht los ich dachte das Beißer die Kinder von Raptoren sind vielleicht sind das doch eine eigene Spitzes ich meine ich könnte mir die Kreaturen-Logs durchlesen das ist ein Kreeter okay der spuckt mich an das geht ja auch gar nicht und heute wollten wir mehr leben oder hab ich einfach keinen Damage im Wasser gemacht? und dann bei Feuer-Pokémon Kaya verstehe ich es hier wenn sich kein Damage im Wasser macht aber mir ich weiß wo ich bin das werden Viecher sein mit denen wir wahrscheinlich nicht so gut umgehen können Wühler verdammt ich glaube nicht dass wir das erledigen werden das Vertrauen habe ich diesmal nicht Wühler sind schon eine ganz eigene Liga ja nein Kaya abfahren was sag ich jetzt habe ich mir unabhängig einen Trank reingeblügt ich bin mir einfach die Tränke und hau ab Junge ja und wir laufen running 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 Kaya wow ich kann mir eine neue Frau suchen das wird sie nicht überleben war da drüben Teleporter den holen wir den holen wir doch Kaya lockt gerade die Viecher weg was auch immer du bist ich will nicht nein nein der Teleporter war wichtig obwohl ich mich da in den Tod rein teleportieren werde wenn ich da herkomme ja ich erinnere mich circa hier ist Sing2Ray im Turm herumgeglitscht hier war Ryder vielleicht die Karte haben sie ja fast ganz übernommen abgegradet auf jeden Fall aber halt der gleiche Schauplatz hier unten war ein Ripper drinnen und das kann ich mich auch noch erinnern ich weiß nicht ob ich reinschauen will was diesmal drinnen ist hier ist Schrott ob es den alten Ryder noch gibt das ist ein Schlamm-Dämon okay okay ich schau lieber mal ob es einen Ryder gibt nein ich will nicht kämpfen das sind Banditen das sind Banditen und ich renne ganz hinterher ins Banditenlager netter Tritt ja ich glaube nicht dass ich hier weit kommen werde ab ja naja lauf ich bin mir ein explosiv ist fast das wir anschießen können aber ja Dragon okay es ist es ist Chaos wir sind im Chaos ein Einzelner vielleicht schaffen wir den Einzelnen vielleicht schaffen wir den Einzelnen er schwingt wie ein Verrückter denn das ist die hinsichtlich es ist hier wir kommen auf Ah ja, fertig geschlafen, Mädel. Nein, sie schlaft wieder. Letzter Schuss. Nimm das Schwert in die Hand. Oh. 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 Ja, also spielt mal mit dem Raketenwerfer rum. Ich will den Kampf gewinnen. Okay, cool. Letter tritt. Ich hoffe, ihr seid stolz auf mich. Wie schaut's aus mit dem Partitenlager? So lange sie nur einzeln da sind, können wir sie wegfegen. Okay, Ausdauer aufladen und weiter hacken. Und immer schön nachtreten. Ne, der Schlag von dir. Uh, ich fühl mich gut. Da haben wir eine Sniper Drohne. Etwa sollte ich mich nicht gerade mit anlegen, weil ich sowieso jetzt nichts mehr Bögen habe. Was schönes gibt es hier draußen? Rechten Bett. Knoblauch. Und wir Vampire auch schon hier. Keine Nummern, also keine Safe-Kombination. Raider ist anscheinend nicht mehr hier. Anscheinend haben Banditen seine Lage übernommen. Schade. Raider mochte ich. Hat so ein Indiana Jones Teil gehabt. Ah ja, hier sind die Sachen. Okay. Ein ins Banditenlager. Habe ich schon wieder Munition? Nein, habe ich nicht. Ja. Und Titelnlager machen wir fertig. Dann ist die Episode schon vorbei. Aber finde ich gut, dass man ein bisschen mehr fighten kann, ohne dass man es bereut in diesem Spiel. Wenn ich jetzt einen Bogen hätte, könnte ich das fast zum Explodieren bringen. Jo, hallo Mann. Hack and smash and hack and smash. Krw, du bringst das fast zum Explodieren. Wer weiß, wie lange das hier alles noch steht. Haben wir etwas, was ich benutzen kann? Peile, Peile. Mist. Okay. Muss nur aufpassen, dass er mich nicht erwischt. Dann wird schon alles passen. Und meine Ausdauer mal voll werden lassen. Hast du was anderes getroppt? Nein. Du lernst mich gleich kennen. Du lernst mich gleich kennen. Komm schon raus. Dann können wir uns gern kennenlernen. Ah ja. Okay. Gute Arbeit, Mädels. Gute Arbeit, Mädels. Das klingt doch schon besser. Geschädigte Läuferklinge. Du. Du und ich. Jo. Oh boy. Sie dürfen anscheinend mich nicht einmal treffen. Jetzt wird abgerechnet. Ah ja. Komm schon. Übernehmen mal. Oh. Okay. Er wendet sich meiner Frau zu. Oh ja. Ich habe die Sniper-Krone aktiviert. Oh. Oh. Ach so. Gut Arbeit, gut Arbeit. Gut Arbeit. Du bist jetzt Kanz, am Ende. Nice. ist da schon der nächste um die Ecke wo ist die Sniper Drohne, ist die außerhalb oh, hey man ich glaube du kannst nicht durchschießen sorry dass ich dich entdeutsche damit du kannst auch nicht durchschießen Kaya ok, ok hat die Drohne aufgegeben oder findet sie den richtigen Weg hinein nehmen wir mal die Waffe weg und schauen was wir alles looten können, stehlen das sind doch Outlaws das ist doch nicht stehlen das ist doch nur alles borgen wo ist die Drohne ist sie drinnen? hat sie es reingeschafft? ich finde sie nicht na warte na warte oh, hey es war wohl nichts oh, yeah ich sollte mal schauen ob wir irgendwie die Drohne belegen können die stört hier ziemlich wo ist das dann? ist es draußen noch immer? ja, es ist noch immer draußen Kaya das wird sie doch nie treffen Donnerrohr was es auch immer ist wir werden es nicht einsetzen können schöne Sonne komm schon Kaya das Ding schafft ihr doch wuhu größtes Vertrauen in deinen Fähigkeiten oh, sie hat sich geschafft na schau gute Arbeit nur durch meinen Anfeuern sonst nichts dann so mein Topf okay, warum nicht? dann ist Zeit zum Schlafen du darfst jetzt auf der rechten Seite schlafen du bist jetzt zu klein zum Kuscheln verdammt mir läuft die Zeit davon tut sie das? das war Rider Station das war es okay, vielleicht schaffen wir es ich glaube es war das ich habe es doch noch nicht ganz im Blut wie das funktionieren soll ich habe nichts zum Bohren, oder? nein, habe ich nicht etwas zum Stillen, finde ich Pfeiler, here we go we're back in business boys in den Bremsraketen es wird alles gestohlen alles gehört Jags Jags gut, dass ich Namen falsch aussprechen kann sonst noch was interessantes hier dann werden wir braten oh, da ist noch Fleisch ist das Fleisch? nein, hinter nicht auch die Heilung irgendetwas habe ich draußen noch rumfliegen sehen vielleicht können wir uns diesen Pfeil noch in dieser Episode bevor sie vorbei ist wo ist der Ausgang, hier ist der Ausgang da ich ja anscheinend nicht zu schwach bin never mind, never mind wir sehen uns in der nächsten Episode wieder ich ranne alleine auf und dann gehe ich handeln irgendwo auf